hey leute und willkommen zur zweiten folge minecraft und ich bin wieder da und ich hab was gesehen 7 leute haben mein video geguckt oder 8 was eigentlich gut ist als 7 auf wo oder aber ich hab nur 6 abonnenten wer von euch 2 im zuschauer hat mich nicht abonniert der soll sofort auf den abonnenten klappen um mich zu unterstützen und fühlt ihr euch nicht jetzt rum es ist ich bin für euch da rum nicht ich zwinge euch das ist ja nur ein Spaß aber auch nö direkt einer die Runde verlassen so einer aus dem Team wer ist aus einem anderen Team ist der ist ja nicht gut ok jetzt habe ich keine blöcke mehr aber wieso hast du sie ich glaub ich hab immer noch keine musik menschen ich weiß welche musik ich einfüge nicht dass ich einen strike bekomme wegen copyright aber das ist ja das problematische ich weiß nicht was ich machen soll ich würde meinen oh ja nur einer hat eine Gruppe verloren äh echt eine Gruppe hat was hab ich eigentlich gesagt ein Team hat ein Team hat ein Team sozusagen ok und mein Gesang ist online der wird jetzt gleich wieder aufs skype anrufen so wie ich ihn kenne Domeny D oh Gott das hast du ja jetzt schon Och ne es ist ein Leon es ist ein Leon Och ne es ist ein Leon Och ne es ist ein Leon Es ist ein Leon Musste das sein muss ich sowas in mein Team bekommen Und der kapiert natürlich wieder gar nichts So fällig die Lämmers Und da Unfällig die Lämmers immer die Lämmers Oh und ich hab einen Plan wie ich den äh den 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 Oshii zu baut nicht ne das war's aber aber dafür muss ich erst in die Mitte Wie denkt ihr euch? Ich brauche einfach nur ein bisschen Gold weil es gibt eine chest die ist ein bisschen härter vielleicht wissen wir eigentlich schon die normalen Minecraft zu Minecraft spieler schon welche chest ich meine ja nun öffnen wir euch ein bisschen Gold öffnen wir euch ein bisschen Gold insgesamt nur 4 und und hopp und hopp 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 ich liebe es wenn andere das tun dann muss ich das nicht mehr machen Ich brauche insgesamt nur 4 Gold Ist das zu viel gemacht pizzaz das heißt viel Gold denn ist das nicht leider hat mich immer verliessen mit dem Bogen getroffen und ich hab mich zurück, oder... NEIN! Fuck you off! Nö, Ferold. Ferold muss überleben. Okay, jetzt gönne ich mir einen Wartpowder, falls ihr nicht wisst, was das ist. Es gibt ja echt keinen Minecraft-Spielen, das ist eigentlich unverschämt. Aber jenseits. Ich muss jetzt erstmal einen Chests verwenden. Aber, äh, eigentlich wollte ich Ender-Chests machen. Das kennt euch bestimmt keiner. Selbst einer, der schon, ja, einer, der schon, ich glaub, hier gibt's schon welche, wenn ich das Video anklicke, dass schon etwas Ahnung von einer von Chests haben, dass sie wissen, dass es ein Ender-Chest ist. Also, wenn nicht, dass es ein Chests, wenn ihr Sachen da reintucht, oder eine andere Ender-Chest aufbaut, dann sind die Sachen da aufgehört. Das ist sozusagen... Die Chests wird immer... Ah, ich weiß nicht, wie ich das erkläre. Ach, guckt euch ein Tutorial. Ach, ich kann das einfach nicht erklären. Das ist unerklärbar. Und eigentlich wollte ich mir, äh... Zack. Ich weiß nicht, was du... Ich weiß nicht, was du... Ich weiß nicht, was du machen soll. Oh, oh, oh. Ach so, ich hab's... Ich hab grad... Nö, das ist dieser Alex-Typ. Äh, das ist ein Leon-Typ. Oder ich nehm sich keine zu. Nein. Das ist ja fies. Okay. Ich bin ein Karin. Das ist ein halbwegs niedriger Stufe 1. Oh, der Typ tut mir jetzt schon leid. Ich geh da vorm Geil. Ey. Okay. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Steht so, als ob ich AFK wär. Zack. Zack. Oh. Ja. So kann man es natürlich auch machen. Oh, 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 oh. Verpisst euch. Ihn mit euren Bogen. Und euch. Ihr könnt euch alles damit leisten. Ich sag dazu nur Boop-Spermer. Die nennt man einfach nur Boop-Spermer, weil... Was man sie so nennt. Es gibt dazu keine Erklärung. Man nennt sie einfach so. Oh, wo ist das denn jetzt? Was haben die denn hier für ein Beat gebaut? Ich will den Boop-Spermer loswerden. Ja. Jawoll. 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 Das war es mir wert. Das war es mir wert. Ja. Puh. Och, komm schon. Ja, komm. Komm schon. Ich muss dich kaputt. Vielen Dank. Ich hab mir Segen gewertet. Damit ich jetzt so nirgends bin. Ja. Also, ich hab's dann aufmerksam gemacht. Das heißt... Ich. Ich. Mir könnt ihr verdanken. Dass ich das angeklickt habe. Das wird ziemlich belastend, weil da hinten ist noch ein Buch her. Ich weiß nicht, was das heißt. Italienisch. Und das heißt... Italienisch. Das heißt... Es wird nur noch ein Haarstückchen. Also eine Haaresbreite sozusagen. Deutsche Formate sozusagen. Haaresbreite. Das heißt... Oder es fehlt nur noch ein Haarstück. Da ist das eigentlich rein. Somit ich generell auf Deutsch übersetzt. Aber... So hört sich für mich interessant an. Fuck you all. Fuck it. Fuck you all. Oh no. Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Ich bin alleine. Ich kann auch viel Meilethe. Aber ihr kennt natürlich gerne. Das heißt. Niemals ab und vor es zu spät ist. Also... Irgendwie muss ich zur Woop. Oh no. Nee. Ich bin so ein Liott. ich bin so ein idiot aber ich glaube es ist so ein reis willst du mich verarschen ja komm ich warte auf den sound es war mir so klar ja jetzt kann ich es erst recht vergessen ja es war mir klar ne ich lass mich töten obwohl das total unverdient ist für mich und ich hasse es ich komme einfach immer auf diese überschrift gibt es eine taste wo man damit wechselt das oben unten also sozusagen wenn ich sneaken drücke heißt es normalerweise dass das sozusagen oben bedeutet aber das bedeutet dann einfach sneak also übersnicken gibt es eine ah ich kann es einfach nicht wirklich lernen wo ich die tastatur ey ne ich hasse das das ist einfach nur verrückt okay äh spiel einen rundeschnitt ok ich weiß nicht was das genau bedeutet aber naja oh perfekt ich mach jetzt nur mit dieser ohne was passen oh ich weiß nicht wie weit ich komme wahrscheinlich nicht so weit oh ich brauche einen bohren wenn wir bohren na bitte aha ich wusste es ich wusste es hier ist eine ender chance bitte 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 ich will sie bekommen ich wann bin ich kann sie bekommen ich will sie bekommen ich wird sie bekommen ich will sie bekommen ich Ich weiß nicht, wo hier die Maschine ist. Oh, jetzt spürt mir irgendwie so. Könnt ihr vielleicht das Lied? Ich hab doch geile Maschinen. Ich versuche mir nichts zu veranstalten. Ah, ich hab irgendwie in Ordnung davon, vielleicht diesen verdammten Maschinen zu machen. Wahrscheinlich bin ich der einzige innocent, der hier noch lebt. Hat der Traitor-Tester betretet? Wo ist er denn? Ganz ehrlich. Ich suche ihn schon die ganze Zeit und wir sind nicht innocent. Das heißt... Wo? Ich spür doch schon die Pfeile in meinem Nacken. Vielleicht weiß der ja, Bruder. Oh! Es ging schwer. Wie ging? Sag ich dazu noch? Was war's am Mittag? Was war's am Mittag? Was war's am Mittag voll? Ich habe... sehr gut gekämpft. Habe ich nicht? Doch, habe ich genau. Vielleicht Spaß. Ich weiß. Aber... Ich weiß das jeder. Zu gut. Ich hab zwei Leute. Drückt auf den Abo. Keinen Kopf. Und sagt alles zu dem... Lügt deinem Verbund. Wer bei... was weiß ich, was du denn bist. Ich hab keinen Lust. Nein. Wir wollen ja nicht, dass er es hört. Also... Das war's dann für die Folge. Wir sehen... Wir haben... Ich werde... Am Dienstag noch eine. Vielleicht am Wochenende werde ich noch eine Folge bringen. Weil ich bestimmt eine kleine Reihe habe. Vielleicht komme ich im Ferrari weiter. Und das war's wie das. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.